Tausend und eine Geschichten aus der Wikipedia. Ja, wir haben uns mit vielen Themen beschäftigt, vor allen Dingen im politischen Bereich. Und ich sagte ja immer, im wissenschaftlichen Bereich ist alles okay, es sei denn, es geht um Politik und um Weltanschauung. Und genau bei so einem Thema sind wir heute, denn es geht um Klimawandel und den Benutzer an Dohl. Bleiben Sie dran! Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung von Geschichten aus Wikihausen. Mit mir im Studio, im virtuellen Studio, wieder der supertolle Dirk Pohlmann. Hallo! Ja, immer weiter, wenn das mal alles stimmt. Also hallo auf jeden Fall zum sonnigen Oldenburg. Stimmt das jetzt eigentlich? Also bei uns war es hier... Nein, nein, nein. Also heute war hier wirklich Regen. Echt? Ja, so ein typisch norddeutsches Wetter war das. Ja, hier Berlin nicht. Das war wunderbar. Es war ein wunderschöner Altweiber-Sommertag. Immens heiß. Okay, aber beim Thema. Genau. Und ich habe mir gedacht, also für diese Sendung musst du dich gut vorbereiten. Und ich habe mich gut vorbereitet und zwar in Form von Literatur. Und zwar habe ich mir ganz viele Bücher geholt. Zum Beispiel heißt das hier Klimawandel von Bettina Klopf. Da, einmal gucken. So, hier hinstellen. Dann haben wir hier El Gore. Mission Klima. Also Mission Klima. Da, für dich, Pirk. Aber auch so. Und es hört nicht auf. Klima-Countdown. 11.59.50 steht hier drauf. Also das ist schon wirklich... Von 11? Also erstmal vom BUND und von Marc Engelhardt und Markus Steigenberger. Hier. So, bitteschön. Ja, und Klimawandel. Was stimmt? Die wichtigsten Antworten von Hartmut Grassl. Und du siehst schon, Dirk, das Ganze wird dramatischer. Wir sehen hier schon... Das ist eine Live-Schaltung von meinem Konto von der Sparkasse. Ach, so viel hast du. Das wusste ich gar nicht. Ja, und es fällt natürlich auf. Also wenn schon, dann muss es also mindestens die große Flut sein von Jörg Kachelmann. Ist das der? Ja, ist er ja wohl der, ne? Ja, natürlich ist das der Kachelmann. Genau, richtig. Ja, also wir sehen, diese Sendung läuft mindestens unter dem Hashtag Wir-Werden-Alle-Sterben. Ja, und damit übergebe ich an... Ja, diese Aussage ist wahr. Hashtag Wir-Werden-Alle-Sterben. So, okay. Ja, Dirk, letzten Freitag war große Klimademonstration bei uns und überall in ganz Deutschland. Und ich habe gehört jetzt heute, ich hoffe die Zahlen stimmen, das gebe ich jetzt einfach mal so den Äther, es wären 1,6 Millionen insgesamt in Deutschland auf der Straße gewesen wegen des Klimawandels. Klimawandel jetzt. Kann sein. Ja, ich hatte in Erinnerung, dass beim ersten Irakkrieg, da gab es eine große Demonstration und da waren in Deutschland eine Million auf der Straße. In ganz Europa, glaube ich, 6 Millionen. Jetzt frage ich mich, 1,6 Millionen gehen für den Klimawandel auf der Straße oder gegen den Klimawandel, aber nur eine Million gegen Krieg. Irgendwie scheinen da die Relationen irgendwie... Ich finde beides extrem wichtig. Also Klimawandel ist wichtiger als... Klimawandel ist sowieso, ich meine, der Begriff ist falsch, weil das Klima hat sich schon immer gewandelt. Also wenn wir gegen den Wandel des Klimas vorgehen wollten, wäre das ziemlich idiotisch. Ich nenne das Klimabruch, aber wir haben ja eh unterschiedliche Auffassungen, versuchen wir zivilisiert zu bleiben. Wir haben uns schon auf diverse Begriffe hier geeinigt, also ich fange mal an. Jodel, Schnäpfe! Kosake-Zipfel! Nein, kommen wir zurück zum Thema. Also, ernst bei der Sache, unabhängig wie man das ganze Thema sieht, es gibt natürlich auch eine schöne Sache zum Thema Wikipedia und ansonsten bräuchte man das Ganze ja nicht hier durchzuarbeiten. Und zwar, aber bevor ich das mache zu diesem Thema, bevor wir dazu kommen, müssen wir noch eine ganze Menge andere Sachen machen. Erstmal wollte ich mich ganz herzlich bedanken bei den vielen Spendern, die uns monatlich und inzwischen auch regelmäßig, wir haben einige regelmäßige Spender, die uns eine kleine Spende zukommen lassen und das ist total lieb. Also, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und dann habe ich als allererstes hier die Kommentare zur Sendung 28 und da ist mir bei der letzten Sendung wirklich ein Fehler unterlaufen und ich habe das noch während der Sendungsaufzeichnung irgendwie gedacht, das muss noch hinten dranhängen, das muss man irgendwie reinsteigen, aber ich habe es vergessen. Was war es denn? Ja, und zwar schreibt hier als Kommentar zur Sendung 28 ein Stefan Böhme. Als Geste hätte ich es nett gefunden, wenn Markus erwähnt hätte, dass ihm der Kurier von einem Zuschauer zugeschickt worden ist. Das ist mir bekannt, da ich mit dem Absender befreundet bin, ist leider unter den Tisch gefallen. Es könnte ja den einen oder anderen ermutigen, wenn er sieht, dass sinnige Zuarbeit in schöner Art aufgegriffen wird. Hat er recht? Ja, das hat er vollkommen recht und ich wollte mich auch noch ganz herzlich bedanken, also diese Zeitung hier, die ich hier beim letzten Mal hochgehalten habe, die ist mir von einem ganz lieben Zuschauer in einem grauen Umschlag zugeschickt worden. Wir kriegen ja neuerdings immer diese grauen Umschläge. Und es ist wichtig, also erstmal vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, weil ich habe mich unheimlich gefreut darüber, weil ich sonst darauf nicht gekommen wäre, weil ich selber kein Abonnent vom Kurier bin und ich glaube, also auch gerade die Artikel sind ja zugangsbeschränkt im Internet. Und also wir zehren momentan davon, dass wir viele, viele Zuschriften haben und ich kann mich auch nicht immer, also ich glaube, ich habe bestimmt einige Zuschriften, bei denen ich mich gar nicht zurückgemeldet habe. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür nochmal an alle, die von mir jetzt noch keine E-Mail-Antwort bekommen haben, weil manchmal ist es so viel, ich schaffe das einfach gar nicht. Ich sitze manchmal am Handy und bin nur noch am Tippen. Und ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und ja, die Sachen kommen in die Sendung rein, wenn wir es irgendwie schaffen. Und manchmal sind diese Sachen irgendwie ohnehin auf unserer Pipeline, da nehmen wir sie sofort mit rein. Und manchmal müssen wir dafür noch recherchieren und dann wird das nach hinten verschoben. Also es ist nicht ganz gerecht. Also es gibt Leute, die senden uns was zu und denken bestimmt, hey, das ist ein super Thema, das müssen die beiden auch irgendwann mal abarbeiten. Aber wir haben es dann noch nicht geschafft, weil wir uns erst mal reinarbeiten müssen in das Thema. Und das ist manchmal ziemlich aufwendig und da gebe ich zu, ich nehme dann manchmal auch das dünne Brett. Aber es ist ja auch manchmal so, dass man Sachen zugeschickt bekommt, die jemand für wichtig hält. Und schickt sie und dann kommt aber hinterher, oh, da habe ich mich getäuscht. Das ist auch gewesen. Also zu, wer ist das? Also dieses Aufdecken von Personen und so. Das ist halt so. Das ist ein weites Feld. Und es gibt Leute, die sind extrem vorsichtig. Manche schreiben sehr schnell irgendwas dazu. Und wir müssen dann auch immer gucken. Das heißt, wir müssen ja durchgehen, sind die Sachen richtig oder nicht. Und da hängt manchmal Arbeit mit dahinter. Nichtsdestotrotz ist es immens wichtig. Und wie du gesagt hast, wir profitieren immens davon, weil in den letzten Monaten, kann man sagen, haben wir ordentlich zugegriffen auf das, was wir durch Zuschriften bekommen haben. Also es ist wichtig. Vielleicht müssen wir irgendwie überlegen. Nicht vielleicht müssen wir überlegen. Wir müssen überlegen, wie wir das verbessern, dieses System zumindest, dass die Leute eine Antwort kriegen. Ob zum Beispiel ihre Sache verwendet wird oder nicht. Das ist vielleicht so eine kleine Anforderung, oder? Mini-Anforderung. Wir brauchen eine Sekretärin. Oder ein Sekretärin. Falls Sie sich vielleicht bewerben wollen. Das ist ein netten Herr in Oldenburg. Okay. Ja, okay. Ich gehe mal in den Kommentaren weiter. Jetzt habe ich dich gerade weggeklickt. Ich wollte die Kommentare haben. Da, genau. Dann haben wir solche Sachen bekommen. Stasi, was ist das denn? Oder was ist denn das? Das schreibt hier Franz Peters. Und das geht auf einen Link zurück, der in die Wikipedia verweist. Ich dachte, na, dem gehe ich mal nach. Also lohnt sich ja. Und dann sehe ich doch in der Wikipedia, dass sich Vieh beschwert hat. Also Vieh hat im Artikel zur Annette Karane, die ja ehemals Stasi-Mitarbeiterin war, hat er jetzt geschrieben, ich zitiere mal, dieser Satz, dieser Satz stand jahrelang, Moment, dieser Satz stand in der jahrelang bestehenden Version. Also es geht darum, dass Annette Karane Stasi-Informantin war und dass es auch in der Einladung drin stand. Wir hatten darauf schon mehrfach hingewiesen, dass das rausgenommen wurde. Das war, glaube ich, das war meine erste und erste und zweite Sinn. Nicht irgendwie nur Informantin, sondern IM, also inoffizielle Mitarbeiterin, genau. Heute wurde er aus der Redaktion und rechten Kampagnen nach Bekanntwerden der IM-Tätigkeit und in die Zusammenfassung verschoben. Doch statt ihn zurückzuverschieben, hat Benutzer Co-Pilot ihn entfernt. Zweimal. Ich kann darin keine Verbesserung des Artikels sehen, auch deswegen, weil IM und Stasi jetzt gar nicht mehr verlinkt sind. Ich bitte darum, die jahrelang bestehende Version wiederherzustellen. Für die Löschung besteht jeweils jedenfalls kein Konsens. Na, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Co-Pilot kann sich nicht alles erlauben und ausnahmsweise sogar der Vieh ist dagegen. Also wenn schon der Vieh nichts sagt oder jetzt mal was sagt, dann ist er wirklich die Kacke am Dampfen. Das sagen wir doch einfach auch, wenn er was Vernünftiges macht, dass er was Vernünftiges macht. Er hat was Vernünftiges gemacht. Ja, hat er, genau. So würden wir uns das wünschen, dass er nicht immer weiß gewaschen wird, sondern auch knallhart, egal nach Ansehen der Person oder nach eigenen Vorlieben, dass da einfach bei allen Personen gleichermaßen gearbeitet wird. Also gleichermaßen kritisch oder unkritisch, je nachdem. So, ja dann hat uns jemand geschrieben, der sagt, sein Name ist nicht von Bedeutung. Habe gerade dieses hier vom 30.01.2014 gefunden und war euch das schon bekannt? Das Ganze ging demnach schon los, bevor ihr euch damit befasst habt. Könnte der Barbier dort, also der, der, die und so weiter. Also es geht auf eine Reportage vom Mittagsmagazin zurück. Und das findet man tatsächlich noch auf YouTube, weil das jemand hochgeladen hat. Und hier ist jetzt die Abbildung mit nebst Link. Das ist eine kurze Reportage von 2 Minuten 17. Da geht es auch wieder um PR in der Wikipedia. Und das Mittagsmagazin hat das damals ausgestrahlt. Ja, klar, wir waren nicht die Ersten. Wir sind, glaube ich, ich hatte nur das Glück, dass über KFM jetzt mein Film so eine große Verbreitung gefunden hat, der erste Film, dass da jetzt eine größere Öffentlichkeit besteht, als es damals bestanden hat. Ja, der war schon deutlich tiefgehender und gründlicher, dein Film, als das hier ist. Ja, das ist hier ein Einzelfall mit, oder nicht Einzelfall, ein Einzelthema. Also Einpflegen von PR-Inhalten. Und das geht ja nicht auf die Struktur von Wikipedia, auf die Hierarchie, auf die Art und Weise, wie die Leute rausgemobbt worden ist, das nicht eingegangen. Also stell mal dein Licht nicht unter den Scheffel. Naja, vielen Dank. So, Automatenjürgen schreibt, Mord an Herhausen. Wer hat die Technik der Libanon-Bombe vom 22.11.1989 kopiert? Die CIA hat sich angeblich nach dem Anschlag in Beirut ein Exemplar besorgt. Zwischen beiden Attentaten liegen acht Tage. Das geht an dich, Dirk. Hast du da Informationen? Ja, dazu habe ich Informationen. Ich habe Informationen zu der Bombe und auch die sind relativ überraschend. Gut, dazu werde ich jetzt aber noch nichts sagen. Ich kann es so sagen, ich könnte jetzt eine bauen. Es ist nicht so schwierig. Wie jetzt? Ja. Jetzt ist mir gerade das Buch abhanden gekommen, wie ihr seht. Ich habe übrigens noch ein ganz wichtiges Buch vergessen. Ich habe hier oben statt der, was war das, Chemistry of Powder and Explosives, habe ich jetzt hier stehen, Klaus Kleber, Spielball Erde. Das ist auch ein ganz wichtiges Buch. Also Klaus Kleber muss man immer wahrnehmen. Vor allen Dingen, die Leute, die uns gucken, werden wahrscheinlich bei Klaus Kleber direkt Liebesgefühle entwickeln. Zu ihrer Schrotflente vielleicht. Also du kannst das jetzt. Also ich habe mich ja nie dafür interessiert, weil auch meine fünf Finger sind mir lieb. Noch nicht mal für Schiener Böller habe ich da was passiert. Ja, ich habe auch keine gebaut. Früher habe ich, wir haben sozusagen selber Schwarzpulver und so hergestellt. Habt ihr das nicht als Junge, als Jungs? Jetzt sage ich das mal öffentlich. Ich habe das ja schon mal erzählt. Also wir hatten mal in der Schule eine Sprengstoff-Age. Lief aber nur ein einziges Mal. Wir hatten da jemanden, dessen Namen ich jetzt nicht sagen darf, weil ich nicht weiß, ob er das möchte. Also wir hatten jemanden, der hat schon seit Jahren immer so Modellraketen gebaut, weißt du? Also der lief in der Schule immer rum. Also damals gab es ja nichts mit Fernsteuerung und sowas. Das war wirklich so, er hat so Treibsitze gebaut und dann hat er so einen Schwarzpulver-Streibsatz wahrscheinlich war das. Und hat dann gezündet, dann flog die Rakete hoch und kam dann am Fall schon wieder runter. Dann hat die dann wieder neu bestückt und dann flog sie wieder hoch und kam wieder runter. Also das ist so, ja, Modellfliegen für Anfänger sozusagen oder wie auch immer du das nennen möchtest. Also der hat auf jeden Fall sehr viel Ahnung von Sprengstoff oder zumindest von Schwarzpulver. I bring them up, I don't care where they come down, said Werner vom Ball. Genau und ja, ja, also der Gag ist, um es vorwegzunehmen, dieserjenige, der damals das in der Schule schon gemacht hat, also die Zeichen, also werfen ihre Schatten voraus und er ist jetzt, glaube ich, beim DLR. Ah, okay. Ja, ja, klar, genau. Also um es kurz zu fassen, die Sprengstoff AG lief nur einen Tag. Also wir hatten, ich glaube, wir waren drei oder vier Gruppen war das und die erste Gruppe, da kam, glaube ich, gar nichts. Also wir haben das elektrisch gezündet vorne. Also wir durften nur ganz kleine Häufchen machen. Und dann halt einwickeln, da muss da irgendwie ein Knall rauskommen und bei uns war, glaube ich, so ein Pfiff, kam da raus, mehr war da nichts. Und dann letzte Gruppe war halt von demjenigen, von dem ich eben gerade sprach und wir sind alle schon nach hinten gegangen, weil wir wussten, also wenn der sowas bastelt, dann funktioniert das. Und dann hat dann unser Lehrer gesagt, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, nee, das ist die Bombe von, also, ach, was soll denn das? Ja, und machen sie wenigstens die Schutzscheibe hoch. Hat er nicht gemacht. Er hat gezündet und danach haben alle Fenster gewackelt. Das hörte man von oben bis unten in der Schule. Also das war ein mehrstöckiges Haus. Und ja, das war der letzte Tag. Wie viel hat er denn da hingestellt? Das muss doch jemand gemerkt haben. Nein, nein, der wusste, der hat also genau das gemacht, wie er machen sollte. Bloß er hat halt, der hat ein Gespür dafür gehabt, wie viel du da rumwickeln durftest, damit es richtig knallt und damit es auch noch knallt. Wenn du zu viel drum wickelst, dann passiert ja nichts mehr. Ah, okay, also Polenböller-Ernie sozusagen. Okay, gut. Naja, also der war da richtig gut drin. Jaja, okay, ist ja heute alles verboten. Man darf ja sowas gar nicht so viel machen. Also danke für den Hinweis. Also das ist die Geschichte mit René Moawad, der acht Tage zuvor vor Hersen mit angeblich einer Bombe exakt der gleichen Bauart. Dazu habe ich keine exakten Daten gefunden. Es gibt ganz verschiedene Angaben zum Maß des Sprengstoffs. Aber ich kann sagen, die Bombe wird ein tragender Teil meines Buches. Und ich habe dazu eine Menge rausgekriegt. Und auch das ist ganz anders, als man es erwartet. Wie gesagt, ich könnte die Bombe bauen. Also du hast es irgendwie so mit Theorie und Bomben. Also erst mal Israel und die Bombe und jetzt die Bombe und Libanon. Wie war das? Pamela Anderson und die Bombe, ja. Das erinnert mich dann eher an so ein Lied, das hieß dann glaube ich... Sex, davon spreche ich, ja. Okay, also jetzt werden wir mal wieder ernsthaft. Kommen wir zurück zum Klima. Kennt die junge Generation gar nicht mehr, es ist ja alles vorbei. So, okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ähm... Das heißt, bei zwölf Minuten und wann geht es denn endlich los? Hüpft thematisch rum, machen wir jetzt auch gerade. Ja, die letzte Sendung war sehr lang. Geben wir zu und habe ich auf dem Schirm. Diesmal wird es kürzer. Also wir werden das jetzt stringenter schneiden. So, ähm... Das Gleiche kommt dann nochmal. Also das... Es gab ein paar Kritikpunkte, die gesagt haben, also die Sendung war zu lang. Ähm... Das, also hier ist zum Beispiel jemand, äh, Right Oak, äh, der schreibt sowohl Lob als auch Tadel. Also er fand das mit dem YouTube, dass wir das erwähnt haben, ganz gut. Aber wie gesagt, der Sendungszuschnitt wäre ihm zu, ähm, zu langwierig gewesen. Und da schreibt hier jemand, Dirk scheint etwas müde zu sein. Das könnte ja in der Uhrzeit liegen, ja, ja, also... Ja, wenn die wüssten, waren wir auch was. Wie war das denn? Das waren wir um null Uhr rum und wir konnten beide schon wieder richtig. Du warst am Gehen die ganze Zeit und zwischendurch. Und ich konnte das eigentlich alles rausschneiden, die ganzen Gäner. Und bei mir war auch irgendwann auch der, äh, die Luft raus, ne? Naja, okay. Wir werden es diesmal besser machen. Genau, dann habe ich was gesehen. Äh, das ist auch auf einen, äh, auf einen, äh, Zuruf von einem Zuschauer gekommen. Äh, also die, äh, Volkshochschule Frankfurt, äh, beschäftigt sich jetzt mit Wikipedia. Und das ist ein Carsten Ratzke. Der, ähm, äh, äh, bietet Wikipedia-Kurse an. Und natürlich, äh, 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 ja, ein Lob nach dem anderen, nicht? Und, äh, wir zeigen das hier mal. Äh, 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 also auf jeden Fall, wenn Sie in Frankfurt wohnen und da gerne bei der VHS, äh, einen Kurs machen wollen, können Sie jetzt da hingehen. Und, ähm, ich vermute mal, äh, dass Sie dann lernen werden, wie Sie ganz einfache Sachen auf Wikipedia einbauen können. Ist ja von der Technik her auch nicht schlecht, äh, nur, äh, von uns die Vorwarnung, äh, falls Sie vorhaben, sich da im politischen Bereich zu betätigen, dann würde ich sagen, äh, lassen Sie diesen Kurs, können Sie lieber irgendwie ein Eis essen gehen oder sowas, haben Sie die Zeit sinnvoller verwendet. Ja, vielleicht geht ja jemand hin und kann uns was drüber berichten, wäre auch interessant, ja. Ja, also ich, äh, ich kenne diesen Carsten Ratzke nicht, dass der jetzt... Nee, an und für sich ist es ja gut gedacht, aber die Leute werden scheitern an der großen Betonmauer, äh, der... Ja, okay. So, ja, und dann gab es einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen und zwar, ähm, wieso lachst du denn? Erzähl doch mal. Ja, ähm, Lob und Hudel. Lob und Hudel, wie kommst du denn darauf? Zeig's. Ja, ja, ich zeig's ja schon. Also, Frankfurter Allgemeine, äh, Jimmy Wales war einer der Gründer von Wikipedia und hat damals das Wissen der Menschheit kollektiviert und das Internet geprägt, wie wenige andere. Er steht für die gute Seite des Internets. Genau. Ja. Ja, wie, wie, wir fragen uns ja immer, wie kann sowas denn zustande kommen, nicht? Und dann, äh, ja, dann, dann sieht man halt, äh, also solche Absätze in dem Textabschnitt, ich muss es einfach mal vorlesen, ist einfach so schön, hier, rechte Seite, einfach mal schauen. Die gute Seite des Internets. Jörg, äh, Dirk, lehn dich zurück, ähm, und, äh... Mach ein bisschen André Rieu dazu, das ist ein bisschen mehr, schmalzt werden, okay? Hast du ne Geige da? Die nasse Geige. Jüngst, genau, jüngst erschienen Berichte über Wikipedia, die Sorgen machten. Dass dort gesammelte Wissen veralte, schrieb die FAS. Andere, wie etwa, äh, ZDF-Moderator Jan Böhmermann monierten, dass schon vor allem Männer Artikel verfassten. Das mache ihm auch Sorgen, sagt Wales. Man habe Initiativen wie Schreibe, Schreib-Events gestartet, an denen Artikel über Wissenschaftlerinnen verfasst würden. Wissenschaftlerinnen. Ansonsten, ja, genau, über Wissenschaftlerinnen, ganz wichtig, diesmal auch ohne Sternchen, also das sind wirklich die Damen der Schöpfung gemeint. Genau, ansonsten beschwichtigt er, die Zahl der Autoren habe sich stabilisiert. Für die englischsprachige Wikipedia stimmt das. Von 2007 hat sich die Zahl der aktiven Autoren fast halbiert. Seitdem stagniert sie. In Deutschland ist die Entwicklung dramatischer. Die Zahl der halbwegs aktiven Autoren ist seit 2009 um 60 Prozent zurückgegangen. Grübel, Grübel und Studier, woran könnte das liegen? Ja, also, äh, genau, erstens das und zweitens, es ist schon wieder ein Artikel, äh, der genauso aussieht wie die Artikel, die wir in den letzten drei, vier, fünf Sendungen ausgebreitet haben. Und Grübel, Grübel und Studier, ähm, wie kann das sein, dass alle, alle Autoren, äh, die, ähm, im Zeitungsmarkt arbeiten, haben dieselben Floskeln, bringen, dieselben Punkte an, es kommt keine eigene Idee, es kommt immer nur das gleiche, das Einheitsgeschwätz. So, und jetzt frage ich mich doch, ähm, hat das was mitgegangen? Weißt du was, ich mache, ich rufe an, ich frage den Autor von der FAZ, ich rufe da an und frage mal, woher diese Idee kam, darüber zu reden, dass so wenig Frauen da sind. Ja, und, äh, genau, und vor allen Dingen, äh, die Frage ist, ist das hier eine Gleichschaltung? Äh, ich würde sagen, jetzt reicht es mir langsam, natürlich ist es eine Gleichschaltung, ja, aber wir brauchen keine Frage. Nee, ich gehe davon aus, dass dieses Thema von Wikipedia installiert wird und nicht von den Journalisten. Ja, und ich glaube auch nicht, dass, dass Wikipedia einen Draht zur FAZ oder zur TAZ oder was auch immer hat, sondern ich glaube, die haben einen Draht zu, äh, äh, zu den, äh, Nachrichtenportalen, zu Reuters, äh, also zu den Nachrichtendiensten, ne? Reuters, ähm, AP, Nachrichtenagenturen, Vorsicht, Nachrichtendienst ist was. Ja, wieso, aber, ähm, äh, Bodo hat schon zuletzt mal ganz richtig festgestellt, äh, er nimmt an, dass wahrscheinlich bei den Nachrichtenagenturen auch die Nachrichtendienste ein festes Büro jeweils haben. Ja, das ist ganz nett, aber ich meine, das ist tatsächlich auffällig und wir, ähm, ich frage einfach mal nach, anstelle, dass wir drüber mutmaßen, frage ich ihn, äh, den Autor, wie er darauf gekommen ist, wenn er mit mir redet, ja. Genau. Ähm, ich hab noch was Schönes, also, äh, wie er jetzt schreibt, ne, also, ähm, zu, zu Wales, ähm, bitte lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Sprache. Doch eine Sache fehle ihm, sagte Jimmy Wales. Ich bin leidenschaftlicher Koch, ich koche viel und glaube auch, dass ich ziemlich gut koche, sagt er im Gespräch mit der FAZ. Das werde aber nirgendwo erwähnt. Das fühlt sich für mich wie ein unverständliches Bild von mir an. Ansonsten sei der Artikel über ihn ziemlich genau, sagt er, auch wenn er die Beschreibung als Libertärer relativiert. Ein behutsamer Libertärer sei er, eigentlich stehe er politisch in der Mitte, doch diese, äh, doch diese sei ein bisschen verloren zur Zeit angesichts der Beliebtheit radikaler Ideen. Also, Libertäre gibt es in Links und Rechts. Noam Chomsky ist ein Links-Libertäre, ähm, Rechts-Libertäre gibt es auch. Die sind dann für die völlige Freiheit des Marktes, ja, das ist kein Begriff, der irgendwie, ähm, sozusagen an dieser Stelle sich einordnen lässt. Und politisch in der Mitte als Libertäre, das wüsste ich jetzt allerdings nicht, wie das zu meinen ist, außer dass er unbedingt in die Mitte will, damit er, ähm, sich irgendwie gut ein, äh, äh, sozusagen umgeben fühlt. Das ist keine, aber ich meine, diese Sachen mit dem Koch, sorry, das ist doch, äh, sind wir jetzt bei der bunten oder was, ja? Home-Story Jimmy Wales, ja, chinesische Ente, ähm, ein Mann, dem man nicht glaubt, dass er bei all der Arbeit, die er leistet, auch noch so eine leckere Ente zubereiten kann. Bullshit, ja. Ja, bitte? Ja. Bullshit à la Sichuan-Style, okay. Ja, das ist Bullshit zu sauer, meinst du, ja? Das ist, genau. Also, ähm, äh, ich, äh, an dieser Stelle dachte ich mir, der Autor hätte vielleicht, äh, den Hermann Plopper einmal lesen sollen. Denn Hermann Plopper hat ja schon viele, viele Artikel zu Wikipedia und vor allen Dingen auch zu Jimmy Wales verfasst. Hier ein kleines Beispiel. Jimmy Wales, Doppelpunkt, eine Ikone mit Schönheitsfehlern, ja, ähm, und da erfahren wir zum Beispiel solche Sachen, dass sich Jimmy Wales im, im Tross von Tony Blair bewegt und, äh, früher, äh, also, und dann auch die Sekretärin, von Tony Blair geheiratet hat, um, äh, den Mächtigen ganz nahe zu sein, ja? Und, ähm, ja, und, äh... Er hat angefangen, das steht ja da, also, das heißt, er hat angefangen mit einer Sexseite, bis er seine Liebe zur Wissenschaft entdeckt hat. Und, ähm, das war ja die Sache mit dem, äh, Spezial-Wikipedia für, was war's, Kasachstan, glaube ich, gell? Ähm, ähm... Ja, genau. Ähm, äh, 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 dann, äh, da ging es um Wikibilem, äh, weil nämlich ein wenig, äh, PR gemacht werden musste. Genau, naja, weil dann dort die, äh, Bergarbeiter irgendwie massakriert wurden, das ist natürlich ganz doof für Investoren, ne, das sieht natürlich nicht sehr gut aus. Da muss man ein wenig das, ähm, das Bild des Staates ein wenig glatt bügeln, dann macht man Wikibilem auf und, äh, und dann wird auch noch derjenige, der halt, ich glaube, im Vorstand von Wikibilem saß, der wurde dann noch, ähm, in Tel Aviv zum Wikipedian des Jahres gekürt, ja, Wikipedian of the Year. Ach, wie schön, ja, genau. Da kann man noch wieder eine Ente draufkochen, also, äh, genau. Ja, okay. Also, ähm, äh, das Ganze geht natürlich auch als Aufforderung an den Gustav Teile und das ist hier der Autor des Artikels aus der Frankfurter Allgemein. Ich hab hier mal das abgebildet, sein Profil, der in der Frankfurter Allgemein abgelegt ist und das ist doch schon interessant, ne, also, wenn man so seine Vita liest, also, erst mal ist er 1992 erst geboren, also, ist ein ganz junger Mensch, ist das, ähm, und, ähm, Und, ähm, danach war er ein Jahr als Freiwilliger in der Computerschule in, 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 in Ghana. Mhm. Er hat in Tübingen und Seoul Wirtschaft, Koreanistik, Politik und Literatur studiert. Mhm. Mhm. Und war Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ähm, ähm, auf einer Praktikumstournee nach dem Studium machte er zunächst als Carlo-Schmidt-Stipendiat Halt bei Oxfam in Glasgow und war danach im Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington und bei der FAZ in Frankfurt. Also, wenn ich das jetzt lese, ähm, als Dinosaurier des Journalismus, dann erinnere ich mich an die Zeiten, als ich so alt war wie er, habe ich auch angefangen zu arbeiten und damals, äh, war die FAZ der Meinung, dass die Grünen die Nazis der Gegenwart sind. Also, das heißt, es gab's Artikel da drin, dass, äh, über die große Ähnlichkeit der nationalsozialistischen Bewegung mit den Grünen, weil beide einen Bewegungskarakter hätten, beide, ähm, 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 auch vor allen Dingen auf Jugend ausgehen, ähm, ähm, also auf Jugendlichen basieren, die sich gegen die Alten erheben, das ist so ein bisschen die Kulturrevolutions, ähm, ähm, argumentation, die jetzt von, ähm, Herrn Wisniewski angestrebt wird, ähm, ähm, und dass die Grünen ein ungeklärtes Verhältnis zu Gewalt hätten, also Gewalt, äh, in ihren außerparlamentarischen, äh, parlamentarischen Formen, äh, gerne sehen, das würde sie auch mit den Nazis, und so ändern sich die Zeiten, heute kann man eben als Stipendiat der, ähm, Heinrich-Böll-Stiftung, das ist die Stiftung der Grünen, ähm, macht man bei der FAZ-Karriere, ähm, da sieht man, was sich getan hat in den 40 Jahren, ähm, ähm, oder 35 Jahren, die seitdem vergangen sind, also das heißt, äh, es ist so ein bisschen, so Modellkarriere ja, was wir hier sehen, und, äh, das ist eben, äh, die Sache hat sich ganz schön verändert, ja, also vor 30 Jahren wäre mit dieser Biografie, mit Heinrich-Böll-Stiftung bei der FAZ, äh, hätte man ihn aufgefordert, äh, in der Druckerei vielleicht zu arbeiten, oder sich woanders vorzustellen, oder das doch mal bei der Frankfurter Rundschau zu versuchen, ja, okay. Ja, er hat die deutsche und die schweizerische Staatsbürgerschaft. Naja, das auch noch, genau. Ja, und dann halt, äh, der James87 schreibt etwas, was jetzt, äh, mit dem Thema nicht zu tun hat, aber er, ähm, geht auf YouTube ein und sagt, wie ich gesagt habe, ich wurde deabonniert von eurem Kanal, ohne mein Zutun, ohne Fett gedruckt, ich wüsste es, da ich aber euren Kanal besonders mag, würde ich mir nicht, würde mir nicht im Trauen einfallen, euch das Abo zu kündigen, also, ist nicht der Einzige. Wir haben jetzt einige Rückmeldungen gehabt, äh, die genau das sagen, nämlich, dass sie einfach deabonniert wurden. Mhm. Ja, also, es ist, äh, interessant, äh, also, ich meine sowas selbst auch schon erlebt haben, äh, erlebt zu haben, weil ich, äh, beobachte, ähm, ja, auch, ähm, als Abonnent einige so, ähm, aus dem rechten Spektrum, ne, also, nicht, dass ich jetzt das besonders gerne gucke, aber ich möchte wenigstens angezeigt bekommen, was die so alles machen, was, also, was da so an Videos rauskommt, und dann ist mir auch aufgefallen, dass da einfach einige von den Videos gar nicht angezeigt werden von denen, und das, äh, hat, äh, nichts mit, äh, neutraler Abarbeitung von, äh, von Inhalten zu tun, seitens YouTube, also, das, äh, ja, ne, also, das ist irgendwie Huxley, Neue Welt. Wie viele Fehler haben wir denn davon? Also, das ist jetzt, glaube ich, äh, was an Mails bei mir reingekam, ist, glaube ich, der achte. Okay, das ist schon relevant, okay, gut. Naja, also, das, und gehen wir davon aus, dass uns nicht jeder schreibt, ich selber hab's auch beobachtet, also, das ist, äh, irgendwie, das ist ganz komisch. Ja. Okay. Ähm, was sind wir denn hier? Ja, und jetzt kommen wir mal langsam zum Thema. In der, in den letzten Wochen war ein Thema ganz relevant, und zwar ging es um Michael E. Mann, dazu hast du auch was geschrieben. Ähm, ja. Und, ähm, genau, und, äh, ach, ja, okay, also, und ich hab einfach mal, ähm, eingegeben, wie sieht's denn mit der Abrufstatistik aus bei Wikipedia, ja, und siehe da, also, der, der Artikel ist vorher so gut wie gar nicht aufgerufen worden, und plötzlich schnellen die Aufrufe auf Wikipedia nach oben, so, ähm, auf der, auf 1400 mehrere Tage lang, ähm, ähm, äh, das ist hier im Bereich vom, was ist denn das, äh, 30.8. bis 15.9. war, dann war dann auch, also, doch deutlich höherer Aufrufe. Genau, das war am 22. August, äh, war dieses erste Posting, was ich, äh, äh, amerikanischen Bereich, also, wo behauptet wurde, Mann habe einen Prozess verloren gegen Professor Ball, und damit sei von Gerichtsseite festgestellt, dass die Hockeystick-Kurve, ähm, ähm, also, der Klimapapst vom Thron gestoßen worden sei durch ein Gericht, ja, und damit, äh, ist ja klar, also, als das losging, und dann folgten eine ganze Reihe anderer Publikationen, dass das Interesse hochgeht. Vorher war Michael E. Mann nur jemand, den jemand kannte, der sich auf diesem Bereich, äh, naja, also sozusagen vorher schon umgetan hat. Aber das ist eben der Effekt von dieser Berichterstattung, ähm, die allerdings, äh, auf einer Falschberichterstattung beruhte, da habe ich ja drauf hingewiesen, in diesem Prozess ging es nicht da drum. Ich frage mich, wie solche Sachen durchgehen, aber das ist klar, warum es ja will. Kommen wir, kommen wir noch weiter dazu, ja. Naja, also, ich meine, gut, dass wir jetzt bei dem Thema sind, und da bin ich ja ganz bei dir. Also, du hast, äh, das vollkommen korrekt erkannt, ähm, da ist, äh, die Berichterstattung ging am Thema vorbei. Es ging hier nur um einen, ähm, äh, Beleidigungsprozess quasi, und das, das hatte eigentlich mit dem eigentlichen Thema, äh, äh, warum, äh, Michael E. Mann halt, ähm, ähm, so kritisch betrachtet wird, gar nichts zu tun. Naja, das wurde, ähm, schon, aber, äh, nur indirekt. Ja, also, es ging um ein, noch um ein, äh, Libel, also, das heißt, die, äh, bei uns ist das ja, wird darüber geurteilt, ob eine Tatsachenbehauptung richtig oder falsch ist, und ob es, äh, äh, ob es Schmähkritik ist, also sozusagen herabwürdigende Kritik, und, äh, das ist im Englischen, muss noch nachgewiesen werden, dass quasi ein Reputationsschaden eingetreten ist. Und darum ging es, ähm, in diesem Verfahren, es ging in keiner Weise, was ist richtig von diesen Sachen. Also, der Richter hat nicht darüber geurteilt, wer Recht hat in irgendeiner Weise, und dieser Prozess ist auch nicht von jemand gewonnen oder verloren worden. Er ist einfach beendet worden wegen Untätigkeit, wegen verschiedener Sachen, weil, äh, Professor Ball hatte vier Zeugen angegeben, von denen waren drei bereits verstorben, einer war nicht mehr vernehmungsfähig, äh, Mann hatte die Sache schleifen lassen, er war, äh, zwei Aspekten, war, über, hat er über viele Monate, ich glaube einmal über ein Jahr, also das Ganze zog sich hin, und der Richter sagte, das steht jetzt immer über den Professor Ball als Damoklesschwert, und außerdem haben die beiden, äh, er hat gesagt, der eine hat vier Ordner, also Mann, der andere einen Ordner mit wissenschaftlichem Krampel eingereicht, das ist nicht das Thema dieses Verfahrens, so ist das aber dargestellt worden, in diesen rechten Alternativmedien, und hat sozusagen, der war genervt, wenn man das Urteil sieht, sagt er so, äh, jetzt mal Schluss, ja, also, äh, sozusagen, wenn ihr, äh, nicht auf die, in die Pötte kommt, dann ist an dieser Stelle Ende. Es hat übrigens ein weiteres Verfahren in den USA gegeben, das Michael Mann, jetzt auch ein Beleidigungsverfahren, was er gewonnen hat, auch bei diesem Verfahren war so, dass mehrere Beteiligte waren, eine Gruppe war eine, äh, Frontier Foundation, die haben sich mit einer Entschuldigung bei Mann aus der Sache rausgezogen, aber insgesamt ist das, äh, wie soll ich sagen, also, das Verfahren ist, äh, ähm, der Ball hatte gesagt, dass, äh, Mann nicht in die Penn State University, ein Wortspiel, sondern in State Penn, also in das Gefängnis des Staates gehört, und das war ein Kernpunkt, aber er hat noch 24 andere Sachen, äh, Beleidigungen dazu gesagt, aber das ist ähnlich, ich sag mal, ihr habt das vielleicht einige mitgekriegt, Renate Künast, gab es ja, ähm, sozusagen abewitzige Sachen, die im Rahmen der Meinungsfreiheit über sie, äh, gesagt werden dürfen, und so war das auch bei diesem Prozess, ich hab die, ich hab sehr viele Akten dazu gelesen, ich hab mir das besorgt, ja, und, äh, da geht es ganz viel, geht es da drum, äh, ähm, sozusagen, äh, was, das ist genau das Gleiche, und sozusagen, die Meinungsfreiheit steht sehr hoch, und, äh, diese Debatte, äh, wird nicht auf richtig, ähm, richtig oder falsch, und der Richter hat auch definitiv in einem Satz glasklar gesagt, es geht nicht da drum, aus meiner Sicht, also aus der juristischen Sicht, hier festzulegen, wer von den beiden Recht hat, sondern es ging da drum, ist es Beleidigung, und er war dieses Prozesses, er hat, war genervt, so kann man das zusammenfassen. Ja, also ich fand es schade, dass es eigentlich am Thema vorbeiging, denn warum kam denn halt diese Beleidigung von, äh, Tim Ball zustande, und, äh, das ist eigentlich auch der Grund, warum, ich hatte jetzt ja schon zwischenzeitlich schon ein, ähm, äh, RT-Interview gemacht, und, ähm, bin ja nochmal so andeutungsweise darauf eingegangen, da müssen wir auch nochmal eine Sendung zu machen, also ich will es auch nur hier ganz kurz einreißen, ich beobachte halt, dass das mit Daten nicht sauber umgegangen wird, und das ist in diesem Fall, ähm, naja, also dieser, dieser Hockeystick, da sind mehrere Sachen, aber eine Sache ist zum Beispiel, äh, relativ offensichtlich, die wird ja auch gar nicht abgestritten, ähm, äh, diese Baumringdaten, die da, ähm, aus Proxys erwirtschaftet wurden da, ne, und, äh, also die Temperaturdaten, die sich am Ende daraus ergeben, sind halt nicht ganz verlässlich, äh, und aus mehreren Gründen nicht, und, äh, das Problem war halt, dass die Baumringdaten am Ende, nach 1960 steil abwärts gehen, ich glaube ein halbes Grad abwärts, und, äh, äh, ja, also das, das war ziemlich deutlich abwärts, und er hat dann einfach diese Daten weggeschnitten, und hat die Daten durch, äh, Temperaturmessung einer Luft ersetzt, und, ähm, äh, das halte ich für nicht statthaft, er hat das zwar in seiner eigenen Arbeit geschrieben, hier, wir haben die Daten ersetzt durch andere Daten, er hat das also auch erwähnt, und es ist auch so, wenn man sich das Original durchliest, äh, würde man sagen, ja, hm, vielleicht geht das noch durch, also ich würde sagen, es geht nicht durch, weil, äh, äh, ich möchte schon sehen, äh, wie sahen die alten Daten aus, und er kann dann gerne noch eine Vergleichskurve mit der Temperatur oben drüber setzen, aber ich möchte sehen, was wurden dann Daten erwirtschaftet, also dass einfach Daten weggelassen werden, ist auch nicht die feine englische Art, und, äh, bloß das Problem ist dann, wenn man das dann weiterliest, ne, und das heißt also, die Daten, äh, die Kurven, hast du, hast du zwei Datensätze, die ineinander übergehen, in der Kurve, das wird im Original noch gekennzeichnet, und dann wird das plötzlich vereinfacht, und dann hast du irgendwie nur noch eine Kurve, und aus der nicht mehr ersichtlich ist, dass die aus zwei verschiedenen Datensätzen gewonnen wurde, und dann geht das noch weiter, das kommt dann in Schulbücher oder in, äh, in Zeitungen, und dann, ähm, da wird das so grob vereinfacht, und dann werden halt aus diesen zwei zusammengefügten Datensätzen Rückschlüsse gezogen, die so nicht statthaft sind. Es sind nicht nur zwei Datensätze, es ist so, ähm, um das zu erläutern, es sind viel, es sind diese sogenannten Proxydaten, also das heißt, wir haben ja Temperaturmessungen erst so, sag ich mal, dicker Daumen, 1850, 1800, ja, äh, verschieden, je nachdem, wo man rangeht, geht zum Teil, aber sagen wir mal so 1850 als, als Pickpunkt, das ist jetzt nicht akkurat, und man will aber ja natürlich auch die Temperaturdaten von davor haben, und dafür hat man, äh, sozusagen, Proxys heißt, man hat Ersatzdaten, man hat zum Beispiel, ähm, die, äh, Eisbohr-, also die Eiskern-Daten von Bohrungen, die zum Teil in der Antarktis oder auf Grönland sehr tief gehen, im Festland-Eis, hat man ja 3000 Meter, ähm, ähm, Eisdicke, also das heißt, da kommt man bis 800.000 Jahre zurück, ähm, ja, hängt davon ab, wie die Schichtungen sind, also du hast bei Vostok, ich weiß es auswendig, 3700, da kommst du unten an, beim, also beim, also beim Lake, beim See, ne, 3700 Meter sogar, damit kommst du aber nur 450.000 Jahre in die Vergangenheit, dann gibt's diesen Do-C, da kommst du 800.000 Jahre in die Vergangenheit, die haben halt, also, das hängt davon ab, wie, äh, wie das Eis geschichtet ist, es ist ja noch eine Wissenschaftsgeschichte. Ich rede einfach, ich, als ich in Grönland war, ich war, hab ja bei einer Expedition in Grönland, und da war das, haben sie uns gesagt, okay, das ist eine Schlüssel, am Rand haben wir, äh, Gestein, in der Mitte ist Eis, und dieses Eis ist, das wurde so drei Kilometer dick, das war für die, für die, das ist die Eintritt, aber das ist auch, worum es geht, ist, man hat so Daten, man hat zum Beispiel Stalagmiten, Stalaktiten, also, das heißt, man hat Sediment, äh, wo man Sachen, man hat Baumringe, man hat verschiedene, und bei den Baumringen, das hab ich mir angeguckt, werden wir übrigens auch in unserer Klimasondersendung im dritten Jahrtausend zeigen, da ist es so, dass die Baumringe, man kann also, wenn's warm und feucht ist, äh, werden die, äh, dicker, als wenn's kalt und, äh, ähm, und trocken ist, ähm, und man kann anhand, daraus kann man eben Rückschlüsse ziehen, genauso wie man Europa hat man jede Menge von Chroniken und auch Gemälde, ja, also, wenn die Leute geschrieben haben, äh, sozusagen diese, äh, kleine Eiszeit, äh, das kann man in der Malerei der Holländer kann man das sogar sehen, also, das sind so, man hat, also, man nimmt, was man kriegen kann, um das zu machen, und, äh, man hatte das gemacht, und warum diese Daten, diese, es gibt eine Pflanze, eine Pinie, also eine Kiefer, die bis zu 6.000 Jahre alt wird, und die wird gerne genommen, weil man halt weit zurückkam, aber man hat mittlerweile festgestellt, seit ungefähr 1960, also seit, äh, das war damals saurer Regen, Umweltverschmutzung, ähm, gingen die Temperaturdaten, die man vorher, also 1850 bis 1960, laufen die schön parallel, da kann man sagen, okay, Baumring funktioniert, und dann stürzen die Baumdaten ab, das heißt, die, äh, die Bäume sind geschwächt und kriegen keinen Wachstum mehr, und das sieht aus, wie Temperatur geht runter, deswegen wurde das rausgenommen, und dann wurde aber aus diesem Thema, der, wie zuverlässig sind die Baumringdaten, wurde ein eigener kleiner Forschungszweig, da sind einige Daten draufgekommen, es ist aber richtig, was Markus sagt, allerdings ist das dein Argument, also die, die Kritik an Man war größtenteils in der, äh, sozusagen in nicht, äh, die war verschieden, aber die, das ging weniger darum, dass die, äh, diese Daten, also sauber wäre, man würde jeden Proxy in der verschiedenen Farbe oder verschiedene Art und Weise, dass man sieht, das ist das, und dann die Mittelung nochmal zeigen, ja, und das ist, ja, also, ähm, also ich muss nicht, äh, das wäre jetzt sozusagen, äh, das wären ja Aliquots, die dann gemacht worden wären, also ich muss nicht jeden Aliquot in der, in der, in der Kurve sehen, das sehe ich ja auch bei den, bei den Eisbohrkerndaten nicht, ähm, da sehe ich nur eine Temperatur pro Schicht sozusagen, ne, oder, ähm, die sind gemittelt auch, die sind auf 20 Jahre gemittelt, also das heißt, man nimmt nicht die ganzen Zacken und man hat eben, was auch bei dem Hockeystick wirklich wichtig ist, man hat eine ungeheuer breite Fehler, äh, Marge, je weiter man zurückgeht, umso breiter wird die, ja. Also, äh, also, äh, also es ist auch stark vereinfacht, also, ich wollte darauf hinaus, also, ähm, ähm, äh, da, da, da divergieren unsere Meinungen, also, gerade in der Vergangenheit, äh, bildete die Hockeystickkurve eben nicht, ähm, die Temperaturdaten genauer habe, ich finde, äh, die Eisbohrkerndaten sind um vielfaches genauer an der Stelle und, ähm, ähm, äh, ja, und, äh, also es ist so, dass, ähm, also, äh, Baumringe, also, äh, Baumwachstum ist eben halt nicht, äh, monokausal auf Temperatur und auf Wasser zurückzuführen, sondern da ist auch noch, äh, vor allen Dingen Stickstoffeintrag, äh, wie hoch ist der? Alles mögliche. Übrigens auch CO2. Ja, genau, und übrigens auch CO2, also, äh, äh, und, äh, dann sagst du sauer Regen natürlich auch, äh, 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 und dann ist auch die Frage der, der Belichtung ja nicht unerheblich, ne? Ja, aber das ist eben, und das sind auch, äh, das sind auch, äh, das sind wieder Regionalwetter, also man hat das Problem, man muss, wenn man Baumringdaten nimmt, muss man von verschiedenen Regionen das haben, weil das sehr, sehr unterschiedlich ist, ob ich jetzt Baumringe aus Sibirien habe oder aus Italien, ja? Also das, äh. Ja, das heißt also, ich habe also einen multikausalen Zusammenhang, äh, für diese Baumringe und das ist für mich, äh, äh, eben nicht verlässlich und deswegen habe ich auch gesagt, ich möchte, wenn, wenn solche Kurven aufgezeichnet werden und man sieht, dass die, ähm, äh, absinken, da wo sie eigentlich gar nicht absinken dürfen, weil ich das weiß, dass die Temperatur, dass die Temperaturen gestiegen sind, dann möchte ich, dass die Daten angezeigt werden und das, und das wegzuschneiden, ist eine Täuschung des Zuschauers. Gut, er hat es, er hat es gekennzeichnet, aber. Zu Korrektur würde ich sagen, wenn man es drin lässt, ist es ja nicht deswegen genauer, sondern das ist fehlerbehaftet. Aber wir können es vielleicht so zusammenfassen, es gab durchaus, es gab am Hockeystick, gab es, äh, Kritik und es gab dazu mehrere Untersuchungen. Im Großen und Ganzen wurde gesagt, dass, äh, Michael Mann recht hat insofern, dass, äh, sozusagen am Ende die Kurve hochgeht, also dass dieser Knick, was Hockeystick heißt, äh, dass die, äh, dass dieser Knick da ist, aber es gab, ähm, auch Punkte, also um das jetzt einfach abzuschließen, es gab Punkte, die, äh, wo gesagt wurde, also er ist sozusagen hat insgesamt hat er achtmal Freispruch mit, äh, auf Bewährung gekriegt, so würde ich das nennen. Also wurde gesagt, er hätte die Daten dort, er hätte die, äh, die Methodik hätte er veröffentlichen müssen vorher, er hätte, also es gab Kritik dabei, die aber nicht so substanziell war. Es hat niemand gesagt, dieser Hockeystick ist, äh, falsch und vor allen Dingen gibt es mittlerweile 36 Studien, die, ähm, also in etwa den Hockeystick abbilden. Also es ist keine Sache, die, die widerlegt wurde durch die Wissenschaft. Es ist nicht Michael Mann und dann wurde er hinterher widerlegt, sondern, ähm, sozusagen die meisten gehen in diese Richtung. Aber, also was Markus sagt, ist auf jeden Fall, wenn man jetzt, äh, könnte man, also, ich meine, soweit ich weiß, hat er es auch in seiner Arbeit gemacht, ja, dass er das, äh, gekennzeichnet hat. Ja, er hat geschrieben, er hat, er hat geschrieben, seit 61 haben wir andere Daten verwendet, das ist in anderen Daten. Genau. Und dann hat er das gekennzeichnet. Und was ich beanstande, ist halt in, ähm, an dem Punkt, es gibt noch mehrere Punkte bei dem Hockeystick, die man beanstanden muss, ähm, aber bei dem Punkt... Aber werden wir vielleicht jetzt nicht zu spezifisch machen. Nee, machen wir nicht heute, das schaffen wir alles gar nicht. Aber, ähm, nur an dem Punkt geht's halt nicht auf Michael Mann, sondern halt dieser Prozess, ähm, Originalarbeit, Vereinfachung der Originalarbeit und dann erscheint das irgendwann in den Medien. Das ist am Ende, ähm, kommt dann eine ganz, äh, knallharte Täuschung des, des Zuschauers raus, das darf man so nicht machen. Weil, ähm, wie gesagt, die Daten suggerieren, weil man sie abschneidet, ähm, dass, äh, die Baumringdaten verlässlich sind und das sind sie eben nicht, gerade, ne, weil sie halt runtergehen müssen. Das ist, wie gesagt, eine eigene, äh, also, eine richtige, sozusagen, Unterforschungsrichtung mit diesen Baumringdaten, die, all diese Proxys, also wie du gesagt hast, die Eisbaukerne, aber auch dort gibt es Leute, die sagen, wir wissen ja gar nicht, ob das CO2 nicht in den Gasbläschen diffundiert zwischen den einzelnen Schichten, wie genau ist das? Also, wir sind da eben in einem Bereich, der nicht mehr genau ist, ja, mit Proxydaten ist man nicht mehr genau. Aber da bist du jetzt beim anderen Thema, also, ähm, äh, die Eisbaukerndaten bezüglich des CO2s, da ist das, da ist, da haben wir eine ganz starke Diffusion, über mehrere Meter sogar durch das Eis, ähm, aber die Sauerstoffdaten, also dieses, äh, dieses, äh, O16, O18, ne, also die Isotope. Genau, O16, O18 Verhältnis, ähm, also das Isotopenverhältnis vom Sauerstoff, das ist doch sehr genau und das, und der Sauerstoff ist ja dann halt im Kristallinwasser eingeschossen. Ich glaube, wir werden zu spezifisch fest. Also, ich glaube, das... Ja, das ist schon so als Andeutung, ne, also, äh, da müssen wir nochmal ran, also, ich, äh, würde das auch gerne machen, es ist ja auch ganz interessant, dass wir beide uns da irgendwie, ähm, auch die Haare kriegen können. Ähm, wie war das nochmal? Äh, Jodelschnämpfe! Ich lasse jetzt die Ente zu Wasser, aber machen wir vielleicht doch mal weiter hier bei, also Michael Genau, genau, ähm, und jetzt kommen wir so langsam in das Thema rein, denn, äh, es gibt jemanden, der ist sehr auffällig in diesem Thema unterwegs und zum Beispiel auch bei Greta Thunberg, ähm, da guckst du rein und denkst so, hä, wer schreibt denn da? Das ist ein gewisser Andol und der hat bei, äh, der hat bei, bei Greta Thunberg hat er doch, äh, na, jetzt bist du mir hier im Wege, dein Bild, hat er doch schon mal immerhin 22,9 Prozent geschrieben, so, und dann ist natürlich die Frage, wer ist denn dieser Andol, ne, und, äh, dann sieht man auf seiner Homepage, ähm, dass er, äh, ja, deutscher Muttersprachler ist, der beherrscht Englisch, Latein, Italienisch, was auch immer und, äh, der, äh, der interessiert sich für Energieversorgung, erneuerbare Energien, Windenergie, globale Erwärmung und Leugnung der menschgemachten globalen Erwärmung, da kommen wir noch zu, ähm, ja, und er ist, und was in der gesamten Berichterstattung, die sehr gelaufen ist, weggelassen wurde, auch übrigens beim RT-Interview, da war ich eigentlich, äh, das fand ich schade, dass sie es weggelassen haben, er ist Skeptiker! So, was sind die Skeptiker? Ja, fast, äh, rewind, äh, zu deinem ersten Film, also die, ähm... Zweiter Film. Mach du's. Zweiter Film. Mag? Achso, ich mach den, okay. Ja, äh, also, wer sind die Skeptiker? Ganz klarer Fall, die Skeptiker ist eine Wissenschaftssekte und wenn Scientology nicht schon, äh, irgendwie anderweitig belegt wäre, wäre das genau der richtige Ausdruck für die Jungs und, äh, also das ist irgendwie... Stimmt, stimmt. Ja, klar, das, äh, klar. Also, das sind, das sind Leute, die meinen, sie hätten den Stein der Weisen in Sachen Wissenschaft gefunden und, äh, das, was sie glauben, vertreten sie sehr dogmatisch, äh, und setzen das, ähm, gegen andere Meinungen, äh, sehr, ähm, robust durch, ja, und genauso, äh, handelt dieser Benutzer an Dohl in der Wikipedia. Also, man kann vielleicht auch sagen, die Skeptiker sind also, ähm, strikt, äh, materialistisch, also, das heißt, sie haben, äh, eine, äh, bestimmte, äh, sehr enge Definition davon, was Wissenschaft ist und jetzt, äh, was zum Beispiel, ähm, jeder Arzt, mit dem man redet, wird im Laufe eines langen Lebens feststellen, dass da manchmal Sachen passieren, äh, die etwas merkwürdig sind und es gibt viele, viele von den Sachen, die in der Medizin, äh, behandelt werden, sind gar nicht wissenschaftlich, sondern sind dann einfach aus Tradition, aber die sind da sehr dogmatisch, also sozusagen nicht, äh, nichts von dem, was irgendwie ungewöhnlich ist, darf auch nur reinkommen und darf diskutiert werden, ja. Also, wir haben ja gerade, wissen ja vielleicht einige, dass ich, äh, dass den Bereich, äh, mit den UFOs bearbeite, das ist für die, äh, absolut, äh, nicht akzeptabel, wir haben jetzt aber gerade, äh, wir haben in USA, das geht ja gerade durch die Medien, jetzt auch in Deutschland, dass die amerikanische Marine offiziell zugegeben hat, dass, äh, drei von den Videos, die da sind, tatsächlich von ihnen sind, dass da was ist und sie können es nicht erklären, darüber hinaus kann man auch kaum gehen, aber dass wenigstens, und das ist bereit, sozusagen sich allein nur damit zu beschäftigen, ist für die Skeptiker, ähm, unwissenschaftlich und da ist die Frage, ähm, wie du gesagt hast, es ist wirklich sektenhaft, weil sie auch den Drang haben und da kommen wir genau in das Problem, in das wir jetzt auch reinkommen, äh, dass, äh, was ist denn in Bereichen, in denen es sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, ja, ähm, und dort ist, suchen sie die Dominanz und versuchen ihre Sicht der Dinge als einzige durchzudrücken und auch genau das haben wir hier. Ja, klar, genau. Ja, das ist, das ist sowas wie, ähm, so orthodoxes Wissen halt durchzudrücken, halt durchzudrücken, also, oder, äh, wie hieß das bei der Kirche irgendwie, ähm, das ist also so der, ähm, also die kalkanonische Werte festzulegen. Ja, genau, ne, also darum geht's bei denen. Also, ähm, klassisches Beispiel ist zum Beispiel, weil ich's auch in der Schule gerade wieder mache, ähm, Evolutionstheorie. Das Ding heißt nicht umsonst Theorie, ja, und, ähm, äh, da sind viele Teile, die halt, ähm, vielleicht tendenziell mag es insgesamt stimmen, aber es gibt viele Details, die, ähm, die einfach falsch sind. Und wir haben das ja gerade zuletzt erlebt, ich meine, das ist ja live quasi, wann war das 2012 oder 2013 war das, ja, ähm, dann wurde mal eben, äh, vorher wurde gesagt, Homo Sapiens ist 200.000 Jahre alt. Und dann plötzlich haben sie einen Fund gehabt und mussten dann umdatieren und dann seitdem ist er 500.000 Jahre alt. Hey, was sind schon 100 Prozent, 150 Prozent verschätzt unter Freunden, ja? Also, was soll das, ja? Machst du eben, zack, 300.000 Jahre mehr, kann ja mal passieren. Das ist aber keine Widerlegung der Evolutionstheorie, ne? Ne, aber, äh, äh, an solchen Daten merkst du halt, wie, wie, äh, wie unsicher die ganze Sache ist, ne? Das ist ja, ja, Denisolmensch oder sowas jetzt, also du siehst ja ständig, da wird nachjustiert, aber ich weise auf was hin, was tatsächlich, ähm, äh, ein Riesenthema war und das ist, ähm, das Glenn Margulis, also eine Biologin, die nachweisen konnte und mittlerweile ist das auch Teil der Biologie, hat aber 30 Jahre gedauert, also der herrschenden Ansichten der Biologie und das war halt, ähm, nicht zuletzt deswegen, weil es auch eine Frau, die darauf gekommen ist, die gezeigt hat, dass in der Evolution es nicht nur quasi mit Ellenbogen zugeht, also nicht nur Konkurrenz, sondern auch Kooperationen gibt und zwar gerade am Anfang bei den Einzellern, ich, das, das gibt's im Buch, äh, von Margulis, äh, die, die heißt das, ähm, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig, das ist auf jeden Fall, ähm, ähm, super interessant, äh, und, genau, bei mir läuft das unter horizontalem Gentransfer, also alles, was so mit Endosymbionten-Theorie zu tun hat, äh, das ist ganz klar, auf jeden Fall. Ich glaube, ich jetzt wieder schon wieder zu spezifisch, Markus, ja, aber auf jeden Fall, ähm, ähm, also das heißt, das, was ich, äh, was ich sagte, ähm, es gibt in der Evolution auch Kooperationen, das war neu, es wurde immer sozusagen nach dem Motto, der Stärkere setzt sich durch, ja, oder der Besser Angepasste, der Besser, da muss ich aber verbessern, ja, der Besser, der Besser Angepasste setzt sich durch, aber sozusagen die Standardvariante, die die Leute im Kopf haben, ist dieser Stärkere, das ist dann Sozialdarwinismus, in diese Richtung geht das dann auch, aber es gibt ja, ich glaube, im Englischen ist es auch gar nicht, ist es auch gar nicht so, so eindeutig, ne, the fittest, äh, Survival of the fittest, äh, ist, glaube ich, bei denen mehrdeutig, ne, also fit kann sowohl stärker als auch, als auch best angepasst sein. Best angepasst, ein gutes Beispiel dafür ist immer, um das mal zu erläutern, was damit gemeint ist, es gibt, äh, ich glaube, bei den Galapagos-Inseln ist das, gibt es eine Insel, die, äh, ständig mit starkem Wind zu tun hat und dort gibt es Fliegen, die keine Flügel haben, weil Fliegel, die einen Flügel haben, werden weggeweht und verenden im Meer und nur die, die keine Flügel haben, überleben und dann ist, the fittest ist Fliegen ohne Flügel, da muss man sich mal reinziehen, ja, ein gutes Beispiel, dass das, äh, ganz anders aussehen kann, als nicht die größte und stärkste Fliege, im Gegenteil, die kleinste mit den, äh, ohne Flügel kommt durch, ja. Ja, und wahrscheinlich mit den, äh, mit den besten Haftorganen an den Füßen, zum Beispiel, ja, damit es sich am besten festkrallen kann, na klar. Ja, ja, klar, also, ähm, genau, also, ähm, bei den Schülern erkläre ich es immer vereinfacht, so, dass man sagen kann, okay, also, wenn sie, äh, sich mit der NS-Zeit beschäftigen und mit dem Sozialdarmenismus auch im angloamerikanischen Raum, dann sagen sie Überleben des Stärkeren und wenn sie sich mit Biologie beschäftigen, dann sagen sie Überleben des Bestangepassten. Genau. Ja. Oder, ähm, eigentlich ist es noch nicht mal das Überleben, sondern es geht ja darum, dass sich die Gene durchsetzen, dass die Bestangepassten die besten Chancen haben, ihre Gene an die Tochtergeneration weiterzugeben. Ja, gut, okay, also Skeptikerbewegung, ganz klar, äh, das nur so als, äh, nebenbei. So, und, ähm, ja, er ist Sichter, also eigentlich hat er ja als, als Sichter keine großen Rechte, also, er kann halt seine eigenen Sachen da selbstständig einstellen, ohne dass da jemand draufguckt. Er ist auch, äh, was das Schreiben anbelangt, jetzt nicht so eine Kategorie wie Co-Pilot und Konsorten, also dass er unheimlich viel schreibt. Er ist ungefähr seit demselben Zeitraum aktiv wie Co-Pilot, nämlich seit 2011. Also, der Benutzer Co-Pilot war vorher schon als, äh, Jesus-Freund. Als Jesus-Freund aktiv, ich danke dir. Da hat er natürlich haufenweise Postings angesammelt, aber in der Zeit, in der er jetzt Co-Pilot ist, hat er, ich glaube, bis jetzt, glaube ich, was war denn das, also, bis zu meinem ersten Film waren es knapp 50.000 Edits, jetzt muss er, glaube ich, bei 80.000 Edits sein. Also, er macht also richtig viel Stoff. Andol macht in derselben Zeit ungefähr 20.000 Edits. Aber hochspezifisch eben, ne? Jaja, aber er gehört damit, weil er auch im Monat ungefähr 300 Edits macht, gehört er zu denjenigen, die schon, ähm, die sind schon aktiv. Also, ab 100 Edits pro Monat, darum geht's ja, ähm, kann man sagen, dass jemand sehr, äh, aktiv ist in der Wikipedia und er gehört zu den Leuten, die 300 Edits machen. Das entspricht auch ungefähr 300 anderen weiteren Wikipedianern, weil es gibt nur 300 in der Wikipedia, die ungefähr 300 Edits machen. Also, das kann man sich ganz gut merken im Monat. Und damit ist er schon, ähm, gehört er zum harten Kern der Wikipedia. Und er ist gut vernetzt und der kann sich dann eine ganze Menge herausnehmen, die sich andere Nutzer nicht rausnehmen können. Was muss man dazu sagen? Ja, äh, also wir sehen hier, äh, die, die Einzelaufschlüsselung, äh, seiner Edits. Also, er hat im Jahr 2011, hat er nur 1350 Mal was, äh, gemacht. Ähm, und dann im Jahr 2015 hat er 3097 Edits, äh, erwirtschaftet. 2016 hat er 2293 Edits erwirtschaftet. Also, ähm, Co-Pilot macht sowas in einem Monat manchmal, ne? Also, 2003. Was bedeuten eigentlich die Farben? Was bedeuten die Farben dabei? Ah, das sind, das sind die unterschiedlichen, äh, die unterschiedlichen Namensräume. Rot ist der, der Artikel-Namensraum und frag mich jetzt bitte nicht, was Grün, äh, Lila und Gelb oder sowas bedeutet. Es ist dann halt, äh, Diskussion wird wahrscheinlich Grün sein und, äh, Lila und Blau wird dann irgendwie was mit Wikipedia und Administratoren sein. Okay, aber das heißt, Rot ist eigentlich das Interessanteste. Ja, ja, genau. So, ähm, äh, und das Schöne ist, Andol lässt zu, dass man seine gesamten Statistiken einsehen kann. Das heißt, man kann auch wirklich die einzelnen Monate angucken und man sieht, dass er also eigentlich eine steigende, ähm, äh, Beteiligung an der Wikipedia hat und, äh, das geht immer so weiter und also hat zum Beispiel im Jahr 2015, da hat er so richtig viel gemacht, äh. Dann geht's wieder runter, ne? Ja, dann geht's wieder runter, aber er hat also nie mehr Postings als 350 im Monat, äh, hat er nicht. Ja, doch, dann geht's wieder hoch bei 2,17, ja? Also jetzt sozusagen, jetzt in jüngster Zeit ist er eher wieder runtergegangen, ja? Also sozusagen er hat so einen Peak da, ne? Aber, okay. Ja gut, aber guck mal, wie viele das sind. Es sind immer, er schwankt so zwischen 250 und 350 Edits. Genau. Das ist, Felix macht mehr zum Beispiel in seinen besten Zeiten. Da hat er auch über 1.000 Edits und Co-Pilot auch schon mal über 2.000 Edits gehabt, also pro Monat, ja? Also das ist, ähm, äh, das ist jetzt hier so, also Andol gehört zwar zur Truppe dazu, aber er ist eigentlich ein Schwachschreiber. Also der, der schreibt nicht ganz so viel wie die anderen Jungs, ja? Ja. Aber, ähm, also wir können auch mal seine, seine tägliche Statistik angucken. Er ist, äh, nachts nicht aktiv. Das unterscheidet ihn auch im Wesentlichen von Co-Pilot zum Beispiel. Ähm, also er schläft schön, äh, zwischen 2 Uhr und, äh, ja, wissen wir nicht bis wann, aber auf jeden Fall fängt seine Wikipedia-Aktivität erst um 12 Uhr ungefähr wieder an. Also vielleicht macht er vormittags irgendetwas, wir wissen nicht genau was und am Nachmittag ist er dann sehr aktiv und die höchste Aktivität zeigt er, ähm, spätabends so um 22 Uhr rum. Also irgendwas zwischen 20 und 23 Uhr wird wahrscheinlich so seine Hauptaktivität sein in der Wikipedia. Und dann schreibt er viel. Ja, interessant ist, was er schreibt. Also man kann ja auch sehen, was sind so seine Top Ten, äh, der Artikel, die er, äh, in die Wikipedia einfügt. Und das ist zum Beispiel mit 577 Edits, äh, der Artikel, äh, Energiewende. 396 Edit, Windkraftanlagen. 378 Edit, Energiewende nach Staaten. 344 Erneuerbare Energien und 327 Leugnung der menschgemachten globalen Erwärmung. So, um, um nichts, äh, zu vergessen, dass er noch ganz am Ende nochmal mit 142 Edits die globale Erwärmung, äh, auch noch, äh, dabei ist. Ja, der hat viel Windenergie eben. Ihr seht, Nordex ist eine Firma, die Windkraftanlagen baut, ja. Und, ähm, Rotovoltaik, wird das wirklich so geschrieben? Ja, okay, hab ich grad beim Gucken. Naja. Okay. Okay, also, ähm, das ist so sein, sein, sein Lieblingsthema und, äh, es gibt ja andere Leute, die sagen, der ist, äh, schon enttarnt. Ich, wir sparen uns das jetzt mal, weil ich das noch nicht richtig nachvollziehen konnte. Ähm, und, äh, die verorten den halt tatsächlich in, in so einem Orts, äh, ja, in so einem kleinen Energieverband, äh, ähm, der dort halt, ich glaube, im Vorstand sitzt, war das, äh, und dann halt auch, das ist so eine alternative Energiefirma, könnte man sagen, also die halt auf, äh, erneuerbare Energien machen und er selber ist halt. Aber auch im regional, also sozusagen im lokalen Bereich, ne? Also keine große Firma oder so, ne? Ja, das ist keine große Firma. Das ist sowas ähnliches wie, äh, wie Elektrizitätswerke Schönau, da gab's ja schon mal was so in der Richtung, ne? Wir haben hier auch so Blockheizkraftwerke, also so kleine, das heißt, wo man sich, äh, eigentlich eine sehr gute Angelegenheit, wo man sich beteiligen kann, ähm, und, äh, sich den Strom selber produziert und was einspeist, vielleicht noch ein paar, äh, Euro dabei gewinnen kann. Aber, ähm, es ist eben, äh, es ist so ein Fall von vested interest in gewisser Weise. Es müsste eigentlich angezeigt werden, dass man in dem Bereich aktiv ist, ja? Es ist jetzt kein, kein P-Sprecher, aber... Naja, also, da bin ich mir nicht ganz so sicher, dass, also, wir haben ja schon vor der Sendung davon darüber gesprochen und ich hab das, ich bin jetzt mit diesem vested interest ein bisschen schwanger gegangen die letzten Tage und, äh, ich bin mir nicht ganz so sicher. Also, ich meine, ich hab ja damals auch zu, zur FM-Synthese geschrieben in der Wikipedia und man sieht schon an einem Artikel, dass ich da durchaus enthusiastisch dabei bin, ja? Ähm, und die Frage ist jetzt, äh, wie behandle ich die anderen Sachen? Also, jetzt mal, um bei der FM-Synthese zu weiben, also, ich sage, Yamaha, FM-Synthese... Du musst da jetzt mal wieder erklären, was FM-Synthese ist, oder? Ja, ach, das ist eine Syntheseform von Synthesisern und Yamaha DX7, das war so der, der Synthesizer der 80er Jahre, der quasi ziemlich anderen Führungen vom Markt verwendet hat. Ja, genau. Hatten die auch, der Yamaha baut ja alles Mögliche. Okay, also, Yamaha DX7 FM-Synthesizer war in den 80er Jahren der Synthesizer, der wie geschnitten Brot verkauft wurde und, ähm, Hintergrund war die FM-Synthese und, ähm, es gab natürlich noch andere Syntheseformen. Das, was man heute so hört in, in diesem Elektronikbereich sind meistens so, äh, analoge Syntheseformen. Also, da wäre dann zum Beispiel die Firma Moog oder Moog. Ähm, äh, ja. Äh, und, äh, die Frage ist halt, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, wie gehe ich mit den anderen Themen, äh, wie gehe ich jetzt mit den anderen Themen um, ja? Also, sage ich zum Beispiel, Yamaha ist total toll, aber Moog ist total grottig, äh, so zum Beispiel. Oder Hammond ist total brr, und Yamaha ist total toll, weißt du, so in der Richtung. Würde ich übrigens nie sagen, ja? Hm, hm, als Musiker. Aber, ähm, äh, weißt du, und... Nee, du kennst die Regel bei Vested Interest, würde ich sagen, die Regel von der Wissenschaft, wenn du in irgendeiner Weise Geschäftsbeziehungen zu dem Thema hast, musst du das offenlegen. Das ist die Regel. Ja, was machst du denn, was machst du denn, wenn du, wenn du einfach begeistert von dem Thema bist? Viele schreiben ja in der Wikipedia, die sind ja einfach begeistert von ihrem Thema. Ja, das wird normalerweise nicht da drunter fallen, ja? Das heißt, ähm... Das meinte ich dann. Ja, das ist ein bisschen problematisch, also ich weiß, worauf du rauswird, das ist auch richtig, ja. Ja, also bei Vested Interest wird normalerweise davon ausgegangen, dass man nicht, äh, also sozusagen, dass man nicht aus dem, äh, sein Eigeninteresse bedient. Ich würde zum Beispiel sagen, im Fall Felix würde ich das als Vested Interest bezeichnen, weil jemand eine politische Absicht hat und die halt in Wikipedia, ähm, darlegt. Auch wenn das nicht kommerziell ist, ähm, wir wissen ja nicht. Ja, also entgegen der Fakten vor allen Dingen, ne? Und wie du sagst, wir kommen ja zu den grundsätzlichen Problemen von Wikipedia auch, also wenn man jetzt, wenn wir beide einen Artikel über Klimawandel zu schreiben hätten, hätten, dann wäre, das würde sich nicht, äh, das ist eben genau das Problem. Wir würden es nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen, sondern wir würden uns wahrscheinlich darauf einigen, dass man, äh, zwei verschiedene Sachen darstellen muss, ja? Ja, also... Naja, also, das ist ein gutes Beispiel. Wir könnten, also, wenn wir jetzt was schreiben würden, das sollten wir vielleicht mal auf Free Weeking machen, dann würdest du, also, einen Teil schreiben und würdest wahrscheinlich Michael E. Mann, weil wir bei dem Beispiel gerade waren, eher verteidigen und ich würde sagen, nee, 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 also da gibt es ein paar... Unbedingt, ich würde ihn unbedingt verteidigen, ja. Genau, und also wir müssten ständig schreiben, Markus sagt... Wir müssten es darlegen. Und das wäre ja eigentlich, wäre das ideal, weil man dann anhand der, äh, sozusagen des Disputes, also wie eine Doktorarbeit, die verteidigt wird an der Uni, anhand des Disputes sehen kann, äh, wo die Themen sind, wo es auseinanderläuft. Und das ist eher hellend für jemand, der von außen zuguckt, ja. Genau, und dann kann, da muss der sich, also, es muss so geschrieben sein, dass, ähm, beide Seiten wahrheitsgemäß die Daten hinsetzen und der, und der Leser kann sich dann halt ein Bild davon machen. Das ist ja das, was ich immer gesagt habe, was zum Beispiel von der Pluspedia praktiziert wird. Also sie haben ja, äh, wenn es bei einem Artikel keinen Konsens gibt, eben nicht dieses Konsensprinzip, sondern sie lassen zu, dass es dann zwei oder drei Artikel für das selbe Thema gibt, ne. Ja, das ist, äh, wäre auch sozusagen, äh, an diesem Beispiel, aber vielleicht gehen wir weiter. Es ist an diesem Beispiel gut erklärbar, warum das eigentlich nötig ist für diese Themen, die umstritten sind, ja. Naja, ich meine, wir haben ja gerade dieses Thema gehabt und, äh, äh, was man halt sieht, ist zum Beispiel dieser Artikel, Leugnung der menschgemachten globalen Erwärmung. Leugnung. Das ist, äh, ein Klassiker, weil ich sehe schon in der Überschrift, das geht nicht. Man kann ja auch gleich begründen, warum. Äh, wie viele Themen fallen dir zur Leugnung ein? Also wo gibt es, ähm, wo gibt es Themen, die mit Leugnung besetzt sind? Es gibt nur eigentlich nur eins. Du meinst jetzt Holocaust-Leugnung? Ja, natürlich. Und dass es dir sofort einfällt, ist doch, ist doch, äh, auch klar. Äh, und das, was ich, äh, hier übel nehme, ist, dieses Thema Holocaust-Leugnung ist sogar in dem Artikel verlinkt. Das geht nicht. Das heißt, ja, das meine ich doch. Also überhaupt, Leugnung heißt ja inhaltlich, ähm, er erkennt die Wahrheit, äh, er ignoriert die Wahrheit und negiert die Wahrheit. Das ist da drin in Leugnung. Naja, ich würde, äh, so wird anders argumentieren. In dem Moment, wo ich, äh, das auf eine Stufe mit Holocaust-Leugnung stelle, versuche ich, den ungeheuren, äh, moralischen, äh, Impact, also die, sozusagen, die Kraft, die da drinsteckt, zu übertragen und argumentiere nicht mehr auf sachlicher Ebene, sondern auf, äh, einer liegenden, wo, äh, sozusagen das Ableugnen davon, äh, gleichzeitig einen schweren moralischen Fehler darstellt, ja, weil man sich einer... Also das ist... Und das geht, also so geht's nicht, ja. Also das ist, das ist im, äh, demokratischen Diskurs gleich der, der mehrfache Tritt unter die Gürtellinie, ja. Also das... Also ich würde auch sagen, äh, sozusagen das Abstreiten davon fände ich fatal, aber wie gesagt, es ist, äh, es ist, äh, sozusagen ein, äh, äh, ein, äh, ein argumentationsfremder Trick, der dabei verwendet wird. Das ist aber das Problem bei dieser ganzen Klimawandel, ich mag auch Klimawandel nicht, wie gesagt, ja, ähm... Klimaänderung ist das neutrale Wort. Ja, also sozusagen, äh, das auch verändern tut sich's immer, ja, also die Vorstellung, dass man was konstant halten kann, stimmt ja gar nicht so, aber es geht, also das ist, äh, dieser Ganze, das ist so ähnlich wie, äh, Nuklearenergie und ich weiß, früher hieß das Mülldeponie und heute heißt es Entsorgungspark, ja, fällt jemand was auf, ja. Das ist so, okay, also, genau, du sagst, dass... An der Stelle sind wir so einig, das geht nicht, ja. Ja, das ist, also, das ist, also, diese begriffliche, ähm, äh, Neuordnung, ne, du sagtest früher, weil du gerade beim Thema warst, nicht Kernenergie, es ist heute, das, äh, früher hieß das Atomkraft und Atomkraft war immer schon negativ belegt. Und Kernenergie, dann haben sie das, dann haben sie auch... Genau, du konntest am Begriff sehen, wo jemand herkam, ja. Genau, Kernenergie klingt nach, äh, vollem Kern, das ist so, was wie Voll, äh, Kernbrot. Genau, hier, lecker. Vollkornbrot. Hast du dein Plutonium-Schnittchen eingepackt, ne? Genau. Genau, also, Leugnung der menschgemachten, Duban-Erwärmung, ähm, und wir sehen hier, dass, also, ähm, äh, auch ich als Kritiker, ich würde niemals mir herausnehmen, äh, zu behaupten, dass, äh, CO2 dann wirklich null Einfluss auf das Klima hätte, oder dass der Mensch als Gesamtheit null Einfluss auf das Klima hätte. Die Frage ist halt immer, wie viel? So. Und, ähm, äh, äh, das ist, also, es geht hier so am Thema vorbei. Und wenn jetzt also jemand kommt, äh, der, ähm, sagt, hey, komm, da ist unsauber gearbeitet worden, da ist Fusch gemacht worden, Fusch in der Wissenschaft, das ist ja immer, das ist ja so mein Thema, äh, was sich so durchzieht als roter Faden bei mir auch, äh, äh, dann finde ich es einfach unverschämt, hier, äh, so eingeordnet zu werden, dass, das geht gar nicht, ja? Also, ähm, äh, du, äh, er verlinkt es ja sogar noch mit Wissenschaftsleugnung, das heißt, ähm, er hat auch den zweiten Artikel geschrieben, also, Leugnung der Mensch, äh, der globalen, menschgemachten Erwärmung, da war er... Also, ich würde mal sagen, wenn man Leugnung an sich ist, noch, würde ich jetzt nicht als Begriff, ähm, sozusagen, würde ich wahrscheinlich auch verwenden, äh, aber es ist problematisch und wenn man das direkt im Artikel dann auch noch mit Holocaustleugnung zusammenpackt, dann geht's gar nicht mehr, ja. Okay. Natürlich. Ja. Äh, 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 Leugnung der menschgemachten globalen Erwärmung, da war er irgendwie, glaube ich, mit 94 Prozent Hauptausschauung? Ja, und das ist auch schon, ich meine, unabhängig davon, ähm, ich würde jetzt von dem, was ich gelesen habe, äh, bin ich nicht, ähm, sozusagen würde ich nicht sagen katastrophal, aber es geht nicht, das ist, das ist schlecht, also 94 Prozent ist grotesk, ja, dass eine Person diesen Artikel, und zwar, es ginge dann, wenn er nicht umstritten wäre, dann wäre das auch noch okay. Okay, also wenn das, äh, wenn wir jetzt über, äh, irgendwas Zellbiologisches und da ist jemand, der schreibt und alle sagen, ist in Ordnung, ja, aber bei diesem Thema, das, äh, Disput, also wo ein Disput drauf ist, ähm, ist das kein... Also Dirk, ähm, äh, 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 da gehe ich so, da gehe ich jetzt nicht mit, weil Leugnung der menschgemachten globalen Erwärmung hat einen ganz klaren Spin, der Artikel müsste heißen, wenn es um das Thema gehen würde, müsste er irgendwie heißen, ähm, Disput im Bereich, äh, äh, der globalen... Oder einfach nur anthropogene, äh, anthropogene Klimaerwärmung. Das würde er reichen. Ja, oder, oder Streit um die anthropogene Klimaerwärmung. Oder menschengemachte Klimaerwärmung, genau. Ja, genau. Streit. Das, 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 das wäre neutral, ne? Und, ähm, also da wurde ich auch gefragt von RT, äh, wie viel Reichweite erzielt er und er erzählt damit tatsächlich Reichweite, also wenn man jetzt mal nur diesen, diese Leugnung der menschgemachten globalen Erwärmung angucken, den Artikel, dann sehen wir, der hat innerhalb von einem Jahr hat er 174.961 Abrufe gehabt, also das ist gar nicht so wenig und zwischendrin mal so 30.000 als Peak, ne? Also das ist, äh, tatsächlich eine ganze Menge. Das heißt, also der erzielt mit, mit seinem Teil, erzielt der politische Reichweite. Das ist ja ein politischer Artikel in der Wikipedia, kann man ja nicht anders sagen. Hat ja nichts mit Inhalt zu tun. Da wird ja einfach nur, die Leute, die, ähm, ähm, äh, betonen, dass, äh, CO2, äh, 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 äh Aber das ist trotzdem, wie gesagt, also das heißt, etwas nur der festzulegen, zu sagen, das ist es und ich darf davon nicht abweichen, ist nicht besonders, das gehört sich nicht. Also nicht in der Wissenschaft. Jetzt muss ich natürlich wieder eingrätschen, Moment, wie war das? Jodelschlämpfe! Und zwar, ich bin anderer Meinung, also es ist eine PR-Kampagne, also diese ganze Geschichte, dass die Mehrheit dafür ist, dass es einen eindeutigen Zusammenhang gibt, also dass es einen anthropogenen Klimawandel gibt, also dass der bedeutend ist, der anthropogene Klimawandel, das stimmt ja nicht. Also es sind 97 von 30 Prozent. Ja, aber es sind sieben Studien mittlerweile oder sind es noch mehr mittlerweile und das geht nicht nur um Personen, es wird also nicht eine Majorität von Personen abgefragt, sondern es ist zum Beispiel auch einfach von den Studien. Also das heißt, was ist aus dem Bekannten, es sind verschiedene Verfahren angewandt worden und das ist, also das heißt, die Leute, die sich dagegen argumentieren, sind nicht die Cracks auf dem Gebiet und das sind nicht die Mehrheit der Wissenschaftler. Es gibt welche, aber... Das würde ich auch verneinen, Dirk, also da kommen wir heute Abend nicht auf den Konsens. Okay, gut. Also diese Studien, wie gesagt, es sind 37 oder 97 Prozent von 32, irgendwas... Die Schwanken zwischen 97 und 100 Prozent, diese sieben Dinge. Okay. Ja, wie gesagt, ja, und also diese Studien, ja, also betraue keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, das ist irgendwie so mein Punkt dazu. Gut, du sagst andere Sendung, das schaffen wir heute nicht, das schaffen wir heute nicht, leider. Gut, okay, dann haben wir noch was Schönes und zwar, was ist denn das hier, Leugnung der menschgemachten globalen Erwärmung, da hat Andol, ah, das stimmt gar nicht, er hatte 87,9 Prozent, aber... Oder andere Wissenschaftsleugnung, da ist er... Wissenschaftsleugnung, genau, da hat er richtig zugelegt und da geht es richtig zur Sache und zwar Science Denial und da hat auch der Andol, hat er hier 96,1 Prozent, Hurra, Abgeruf am 11.9. Und da hat er komplett selber geschrieben, das Ding, also das ist ja komplett von ihm, kann man nicht anders sagen. Ja, und genau, also das ist nicht gut, das ist, ja, okay, ich habe es bereits gesagt, das ist nicht gut, so. Das ist, ja, unterirdisch, jetzt hängt mein PC ein bisschen, so, Wissenschaftsleugnung kann man noch ein bisschen weiter, und er hat dann also fünf Merkmale der Wissenschaftsleugnung festgestellt und das hat natürlich nichts mit, das ist kein Wissen hier, das ist Schrott, das ist geistiger Unrat. Von wem hat er das denn? Ja, also, wenn du mich fragst, ist das ein Ergebnis von unserer Skeptikerbewegung, ich brauche nur dieses Wort Verschwörungstheorie zu lesen und weiß, dass es vollkommen unwissenschaftlich ist, was er hier schreibt. Also, die Wissenschaftsleugner würden halt das Problem haben, dass sie falsche Experten benennen, logische Fehler machen, unmögliche Erwartungen haben, Rosinenpickerei, Verschwörungstheorien, vergrößerte Minderheiten, Ablenkungsmanöver, Verfälschung, voreilige Schlüssel und falsches Dilemma und so weiter. Also, dieses Bild hier, das sieht so aus, als ob das irgendjemand in der Umgebung der Skeptikerbewegung gemacht hätte. Woher schließt du das? Naja, Verschwörungstheorien. Also, das wäre auf jeden Fall, finde ich, auch, dass eine Quelle dazu da sein müsste. Das sieht jetzt so aus wie so ein Standard-Lehrbuchsatz, aber steht nicht dabei, woher. Ja, also, das ist Propaganda, ein ganz, ganz klarer Fall. Auch dieses Rosinenpicken, also, das ist ja, wir hatten es vorhin bei Michael Dimension, wenn ich jetzt also sage, hey, komm, Rosinenpicken, geht nicht. Also, du kannst hier nicht einfach die Kurve abschneiden und dann halt darüber eine Temperaturkurve legen. Könnte ich das Ding so zurückspielen, Wolli, ja? Und so sagen, hier, was ist denn das für eine Nummer? Also, hier geht's, wie gesagt, mir geht's um unsaures wissenschaftliches Arbeiten. Und man sieht auch, dass der Typ keine Ahnung von Empirie hat. Also, das kann man so einfach auf den Punkt bringen. Also, er hat sogar noch mal einen großen Punkten hier hingeschrieben. Das Vertreten von Verschwörungstheorien wäre ein Kennzeichen von Wissenschaftsleugnern. Das Nutschen falscher Experten, Selektivität, beziehungsweise Rosinenpicken, das Stellen unerfüllbare Anforderungen an wissenschaftliche Forschung. Der Rückgriff auf Falschdarstellung und logische Fehlschlüsse. Falschdarstellung, spiegle dich so zurück, kriege ich da Wolli zurück. So, und dann schreibt er einen Satz rein, der einfach schön ist. Viele Forscher finden es wichtig, herauszustellen, dass Wissenschaftsleugnung nicht mit Skeptizismus verwechselt werden darf. Oder, dass es problematisch ist, Wissenschaftsleugner als Skeptiker zu bezeichnen. Und ganz viele Quellen dazu. Ganz viele Quellen, ja, okay. Das spricht für seine Skeptikerherkunft, gell? Natürlich, er hat es ja selber zugegeben, was er dazu gehört. Also, er will nur klarstellen, wir Skeptiker sind nicht die Skeptiker, die den Klimawandel irgendwie, also die den menschgemachten Klimawandel anzweifeln, sondern wir sind ganz andere Skeptiker. Ja, das ist ein Theaterstück hier, das kann man nicht anders sagen. Okay, ähm. Ja, auch das hier. Wissenschaftler, die Belege für Umweltprobleme wie den sauren Regen, das Ozonloch oder die globale Erwärmung leugnen, stellen eine kleine Minderheit der wissenschaftlichen Gemeinschaft dar. Das sind alles Sachen, die haben nichts mit einem wissenschaftlichen Artikel zu tun. Also auch dieses Abstellen auf die Mehrheit der Wissenschaftler, sondern das ist einfach, das ist PR-Kampagne und quasi ihr Wissen um das Ash-Conformity-Experiment, kann man einfach sagen. Also hier geht es darum, klarzustellen, es ist die Mehrheit der Wissenschaftler, die irgendetwas sagt und deswegen ist das richtig. Das ist, äh, das ist, äh, ja, hat mit Empirie nichts zu tun, das ist Nonsens, ist das, kann man so einfach auf den Punkt bringen. Hier geht es darum, dass die breite öffentliche Masse, also die Zuschauer, die sollen dazu gebracht werden, dem zuzustimmen. Weil man ja weiß, dass sich der Mensch, ähm, aufgrund seiner sozialen Herkunft, wir hatten gerade von Kooperation gesprochen vorhin natürlich, ne, dass der sich immer, ähm, äh, anpasst an die Mehrheitsmeinung mit seiner eigenen Meinung. Es sei denn, er hat da wirklich eine ganz starke Persönlichkeit und sagt, das mache ich jetzt ausnahmsweise mal nicht. Ne, ansonsten ertasten wir immer, dass das die Mehrheit ist. Ja, also ich würde auch sagen, es gibt schon, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, wird ja von gesprochen. Ähm, also das heißt, wenn Wissenschaft als Prinzip funktioniert, dann gibt es, äh, kann es einen weiten Konsens geben und eine abweichende Meinung. Aber das ist das Prinzip von Wissenschaft, dass man ermöglicht, dass, äh, eine Theorie in Frage gestellt werden kann. Ich finde es schon wichtig, dass man sagt, wie die Verhältnisse sind, aber, ähm, das, sozusagen, das geht jetzt, ähm, es ist problematisch, weil der Erste, der eine Sache in Frage stellt, wird immer in der Minderheit sein, ja. Also das ist eine Frage der Logik dann, ja, okay. Ja, okay, aber das, ähm, also ich meine, der Punkt, mein entscheidender Punkt, der mir nicht gefällt, ist 96,1 Prozent. Das ist einfach eine Scheißzahl, ja, für so eine Geschichte, okay. Ja, gut. Also, ähm, äh, also das mit dem wissenschaftlichen Konsens, ich meine, ähm, es gab einen schönen Artikel, äh, bei, äh, CanFM, ich glaube, das war eine Tagesdose, es kam auch jüngst. War das Dagmar Henn, die das geschrieben hat oder so, ähm, ich will es jetzt eher, ich, äh, in die Fehler schreiben, also geschrieben, ja, von wegen wissenschaftlicher Konsens, ne, es war vor, also den Sündenfall hatten wir bereits, weil vor 100 Jahren war wissenschaftlicher Konsens, dass Euthanasie eine wunderbare Sache sei. Ja, hat man sich ja auch mit geschrieben. Jetzt aber auch wieder, jetzt bist du auf dem selben Trip wie die Holocaust-Leugner, äh, sozusagen mit einem moralischen Argument. Es gibt aber viele Beispiele aus der Naturwissenschaft, also ich erinnere nur an die Äther-Theorie, die auch mal gegolten hat, ja, oder das Phlogiston, also das heißt, äh, die, wo die Chemie, als die Chemie anfing, wo sie sagten, äh, sozusagen das Feuerelement in den Mineralien, das sind, ähm, das sind, ähm, das sind, äh, sozusagen Konsenssachen gewesen. Und, äh, aber wie gesagt, die Sache ist, wenn jemand das erste Mal eine Theorie in Frage stellt, wird er immer in der Minderheit sein. Und das ist nicht das Argument dann. Genau. Ich erinnere nur an, ähm, an den Vorreiter meines Hauptprüfungsfaches, zum Beispiel, äh, Mikrobiologie, Pasteur, ja, was der für Schwierigkeiten hatte in der, ähm, äh, Science Community, also kann man ja anders sagen. Ich weiß, ich glaube, es war Koch, der war, äh, wurde bezweifelt, dass Bakterien, ähm, dass Bakterien Krankheiten auslösen können. Das war eine neue Theorie, ja, also, dass die Krankheiten, Infektionen von Bakterien ausgelöst wurden. Ja. Und dann gab es einen, äh, bayerischen Professor, ich glaube, es war sogar in München an der Uni, und der hat dann sich, äh, Cholera-Bakterien geben lassen, ähm, von, äh, von Koch, hat, äh, die, äh, sozusagen Reagenzgas vollgefüllt und hat die auf der Bühne ausgetrunken. Und das war so ein Viech, dieser Typ, dass sozusagen das Immunsystem damit fertig geworden ist. Und damit hat er bewiesen, dass das nicht stimmt, was erzählt wird, dass Cholera-Bakterien... Ja, und, und, und heute wissen wir von den Statistikern Erhebungsmenge 1, wo ist das Problem? Ja, aber das war, war damals, äh, das war sozusagen, äh, es klingt ja sehr, äh, ich meine, da war ja der Punkt, wer hat das vor kurzem erzählt, äh, das war übrigens einer von den, äh, von den Klimaskeptikern, der hatte auch gesagt, dass, ähm, äh, unser Pflanzenschutzmittel, ähm, wie heißt das? Glyphosat? Glyphosat, dass das keine, dass das kein Problem ist und man könnte davon, äh, ein Glas trinken, äh, das wäre kein Problem. Und dann hat man ihn aufgefordert, hat ihm ein Glas hingestellt und hat gesagt, dann trink doch mal. Da hat er gesagt, ich bin doch nicht bescheuert, ja. Also, ähm, okay, aber, äh, das ist sozusagen die... Oder, äh, das war auch irgendwie mit, mit verbleitendem Benzin, glaube ich, ne? Da war auch so eine Nummer da irgendwie, der hätte ja, der Erfinder der ganzen Nummer hätte ja fast eine, ne, ne, ne Bleivergiftung, Er hat eine Bleivergiftung gehabt, aber es wäre fast daran gestorben, glaube ich. Okay, aber jetzt, das haben wir. Also das heißt, das ist ein weiterer Fall. Also auch wenn wir sachlich im Disput sind, sind wir an der Stelle auf jeden Fall einig, dass das nicht gut ist. Und wenn man eben so einen Artikel schreiben müsste, dann würde ich sagen, man kann das nicht wegdrücken auf diese Weise, sondern das muss dann erklärt werden. Und das Erklären muss wechselseitig gehen, also okay. Ja, also vielleicht sollten wir das Thema mal machen. Wir gehen auf Free Wiki und machen das mal. Vielleicht wäre das eine ganz gute Übung. Klimawandel, oh Gott, weißt du, wie viel das ist? Ja, okay. Also ich bin seit Climategate dran, das sind jetzt zehn Jahre. Ja, ich bin nicht so lang dran, das ist jetzt ein halbes Jahr bei mir maximal. Ja, aber weißt du, weil wir beide uns ja jetzt gestritten haben, bin ich ja dabei, also die ganzen alten Daten wieder aufzuwärmen. Und ich habe die auch zum Teil gar nicht mehr gefunden. Weil, wer weiß, wo ich das auf der Platte mal abgelegt habe. Und das ist ein Riesenthema, ist das. Also da kann man sich schon verlieren. Also das auf einen kurzen Punkt zu bringen, so ein Klimawandel, das ist schon ganz schön schwierig. Ja, okay, aber das wäre ja vielleicht eine gute Übung. Also auch noch zu zeigen, wo das Problem von, das ist eines der Probleme von Wikipedia. Und man muss sich nicht irgendwelche länglichen Metallkörper in den Körper gegenseitig, Metallobjekte in den Körper schicken. Und es gibt auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Okay. Ja. Gut. Ja, ja. Ja, Dirk, dann bleibt dir jetzt noch das Wort zum Sonntag. Käppi, Platz, Schnäpfe! Nein. Äh, 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 ne, ne, ne. Ich glaube, das war es doch, oder? Das war doch die Sache mit dem Kosakenzipfel und wo er zum Schluss sagt, ja, genau. Genau. Also, wenn man sich, äh, mal vernünftig beschimpfen will, empfehle ich immer noch Video. Okay. Das ist, äh, Beschimpfung auf, auf sehr hohem Niveau, ne. Lustig vor allen Dingen. Ähm, Herr Müller-Lüdenscheid, die Äte bleibt draußen. Okay, also, dann. Ja, gut, okay. Dirk, äh, ich wünsche dir was. Bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ähm, das war auch nach einem etwas größeren Abstand eine neue Sendung von Vicky Hausen. Und diesmal die Folge 29, wenn ich mir die ganz verzählt habe. Ähm, wir haben in der Pipeline mehrere Sachen. Wir sind unter anderem in Kontakt mit jemandem aus Amerika. Mehr wird noch gar nicht verraten. Das finde ich klasse. Da kommt noch ein richtiger Klopfer hinterher. Allerdings wird das wieder so ein Thema werden, wo ich glaube, dass die Leute dann immer denken, wir hätten das als Hauptthema. Dabei wird das immer an uns herangetragen. Also, ich bin da gar nicht so hinterher, ne. Also, wir sind ja quasi gezwungen worden durch Felix, uns immer an Dortmund mit so einem Thema zu beschäftigen. Das nervt auch schon langsam. Ja, kommt halt wieder. Aber das liegt nicht daran, dass wir suchen, sondern es ist die Kaugummi um die Schuhe. Es verschwindet nicht. Okay. Ja, das ist ja genau so. Und wir werden ein Prominenten-Interview auch noch vorzuweisen haben. Naja, da hoffe ich doch mal drauf. Mach mal. Das ist ja dein Ding. Ich bin jetzt ja wieder da. Ich bin nicht mehr in Tirol. Alles klar. Er ist wieder da. Lass dir mal ein Sturmbad wachsen, Mann, hier. Tirol-Leugnung. Okay, also. Okay. Ja, damit geht eine neue Sendung zu Ende. Machen Sie es gut. Bis demnächst. Auf Wiedersehen. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.